Die Sonne. Sie macht richtig gute Laune, erfreut das Gemüt und hat auch sonst viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Doch sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, bedeutet das für unsere Haut Stress. Denn schädliche UVA- und UVB-Strahlen dringen in die ungeschützte Haut ein und sorgen so für eine vorzeitige Hautalterung. Deshalb empfehlen wir Ihnen das Active Concentrate mit Lichtschutzfaktor 50 von Dr. Eckstein. Das Besondere an diesem Konzentrat ist, dass Sie es mit jeder Tagespflege kombinieren können und so einen hohen UVA- und UVB-Schutz haben. Das enthaltene Hautvitamin E ist ein starkes Antioxidant. Es schützt die Haut vor freien Radikalen und somit vor vorzeitiger Hautalterung. Es wirkt zudem revitalisierend und spendet der Haut ausreichend Feuchtigkeit. Der enthaltene Pflanzenwirkstoff Routin wirkt hier wie ein Stützstrumpf in der Haut, da es die Gefäße stärkt und somit die Hautelastizität verbessert. Sollten Sie zu einer Sonnenallergie neigen, ist das SunShield ebenfalls empfehlenswert. Geben Sie je nach Bedarf einige Tropfen des Konzentrates in Ihre Handflächen und verteilen Sie es gleichmäßig auf Ihrem Gesicht. Sie können es wie gesagt auch sehr gut mit jeder Tagespflege kombinieren oder zum Beispiel mit Ihrem flüssigen Make-up und haben wirklich den ganzen Tag einen Rundumschutz. Und Sie sehen schon, es bildet sich kein weißer Film auf der Haut. Es zieht sehr schnell ein. Normalerweise kennt man das ja von Sonnencreme, die Lichtschutzfaktor 50 haben, dass sie sich schwer verteilen lässt, dass sie einen weißen Film hinterlässt und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Probieren Sie erst mal aus. Die Sonnenpflege ist zudem frei von Mineralöl, Silikonöl, Parfümen, ätherischen Ölen, Emulatoren und natürlich Alkohol und ist somit bestens für die empfindliche Haut geeignet. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Probieren Sie doch mal das Active Konzentrat täglich auf Ihren Handrücken aus und beugen Sie so Trockenheit und Altersflecken vor.